So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Ankündigungsvideo und zwar geht es um den Livestream, den wir heute so um ca. halb 5 starten werden. Twitch-Kanal ist in der Videobeschreibung unten drin. Und zwar werden wir ein bisschen Matchmaking machen. Wir wollen immer noch Road to Master Guardian und hier ein bisschen natürlich abranken. Ich bin gespannt, was es für einen Drop gibt, wenn man hier auf Rank 2 kommt. Des Weiteren werden wir mit Sicherheit ein bisschen über die neuen Operations und Missionen sprechen. Ich habe hier schon mal ein bisschen was gemacht und habe jetzt auch einen Cooldown, 19 Stunden. Und heute Abend wird es ja noch ein Case Opening geben, da werden Mike und ich jeweils mindestens oder ca. 20 Kisten öffnen. Mal sehen, was wir aus den Kisten rausbekommen werden. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid dabei. Okay, also einmal um ca. halb 5 werden wir ein bisschen Matchmaking machen und vielleicht ein paar von den neuen Karten mal antesten. Und abends dann ca. ab 7, halb 8 bis 8 werden wir auch nochmal ein bisschen rein daddeln und dann kommt unser Case Opening. Ca. 20 Kisten jeder von uns und wir hoffen, dass wir da ein bisschen reinlacken und ein bisschen Glück haben und was Gescheites rausbekommen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr heute Abend im Twitch dabei seid. Könnt ihr mal auf Follow drücken, wenn ihr meinen Twitch-Kanal noch nicht gefollowt habt. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet von den Operationen und was ihr schon gezogen habt. Und dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.